Hallo, ich bin Maiko vom Chorverband Berlin. Das ist Carsten von der Malzfabrik. Adi hallo. Zusammen wollen wir das dabei Open Air, das Chorfestival zum Mitmachen, hier auf die Wiese bringen, auf das Gelände bringen und dazu brauchen wir mal dich. Wir werden 16 Chöre aus Berlin, Deutschland, sogar international hier auf die Bühne holen. Dafür ist aber ein bisschen Unterstützung von dir notwendig. Uns fehlen zum Beispiel Stühle. Du kannst eine Stuhlpatenschaft übernehmen. Du kannst zum Beispiel an der historischen Führung teilnehmen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch den größten Festivalchor am 12. und 13. Juli hier auf dem Gelände dirigieren. Du kannst aber theoretisch auch das Ganze unterstützen, ohne vielleicht dabei zu sein. Einfach nur ideell, finanziell. Dazu haben wir ganz viele verschiedene schöne Dankeschöns aufgelistet, aus denen du dir etwas ausprobieren kannst. Natürlich freuen wir uns, dich hier auf dem Gelände zu sehen bei leckeren Getränken, wunderbarem Essen und ganz entspannter Atmosphäre. Ja, dazu jetzt einen großen Glück. Herzlich Willkommen. Sei dabei.